Die Welt, in der wir leben, überschwemmt uns mit Informationen und verlangt von uns ständige Aufmerksamkeit. Die Stille ist zu ultimativem Luxus geworden und so auch die Fähigkeit, stehen zu bleiben, das Leben sehen und fühlen. Der Fluss ist ein wesentlicher Teil der Landschaft und so ist Cruising auf dem Fluss wie Cruising im Leben selbst. Die stillen elektrischen Motoren machen ihren Zauber, sodass der Klang des unter dem effektiven Boots rumfließenden Wassers ermöglicht, sich mit den Liebsten zu unterhalten oder einfach nur die Landschaft zu bewundern. Die Zeit der Entspannung auf dem Wasser ist ein seltener Exkurs aus der täglichen Routine und hektischem Tempo. Bei Alpha Street Marine verstehen wir, dass herumtrödeln mit der Schutzhülle einfach zu viel Zeit und Genuss des unbezahlbaren Boots-Cruising-Erlebnisses nehmen kann. Wir haben unendliche Stunden verbraucht, um ein spezielles hydraulisches Hardtop zu designen und herzustellen, sodass wir mit Stolz ihnen einen problemlosen Übergang vom Land aufs Boot bieten können und ihre Zeit dort so gut wie möglich verlängern. Wir wissen, dass elektrischer Antrieb nicht immer das Beste ist, aber es ist der Beste, was sie in die Welt der Ruhe, Entspannung und wieder lebendig fühlen bringt.